Aber so muss es aber auch irgendwo sein. Auf den Spuren von Vincent Griechen. Ja, Vincent auch. Aber wenn du bei dem Moment nicht mal mehr feierst, sondern schon den Fokus auf die nächsten Rennen hast. Ja, wir Skifahrer, ganz ehrlich, wir haben ein bestimmtes Image. Und dieses Image, das gehört auch in den Skisport rein. Also ein bisschen dieses skilere Image, das tut dem Skisport gut. Und ein Marco Odermar, der zelebriert das wie kaum ein anderer. Und deswegen, ich bin heilfroh, dass wir ihn im Skisport haben.